Für das eigene Land aufzulaufen ist immer was Besonderes, oder? Was meinst du, Büschen? Ja, logisch, Wolf. Auch wenn Testspiele ja nicht den besten Ruf genießen, aber wenn es losgeht, dann merkt man den Spielern den Stolz schon an. Der Schiedsrichter pfeift diese Partie an. Hier haben wir die Einblendung, so läuft die Heimannschaft heute auf. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen, und zwar aus dem Mittelfeld. Silciugin an. Gute Aktion vom Torhüter. Eckball. Da geht er hin und faustet den Ball weg. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Da trennt er ihn vom Ball. Turan am Ball. Klasse Aktion, Ball ist weg. Eckball. Das Ding hat er super gehalten, wir sehen es hier nochmal in der Zeitlupe. Boah, das war nicht einfach. Klasse, wie der Keeper da reagiert. Ecke kommt rein, der Torwart hat. Wir sind noch früh im Spiel, da reicht Freistoß auf jeden Fall. Hier muss er nicht auch noch eine Karte zeigen. Gut, Monzen. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Alfred Finn, Bogason. Sehr gut, Son. Alfred Son. Nun Adatouran. Gut, Monzen. Das könnte die Chance werden. Ball bei Adatouran. Jetzt wird es gefährlich. Viel vorwärts. Jetzt vielleicht. Adatouran. So, geht er gleich gut los hier. Frühstor, das wird interessant hier. Der Treffer aus ganz kurzer Entfernung, Buschi. Ja, da hat er sich gut bewegt und geahnt, wo der Ball hinkommt. Das Tor selbst ist dann Kindergeburtstag. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Tolles Zuspiel. Klasse. Jetzt wird es gefährlich. Und jetzt die Chance. Der geht nicht rein, jetzt vielleicht. Super gehalten. Aus dieser Entfernung. Toller Reflex. Perfekt antizipiert, wo der Ball hingeht. Und weiterspielen hat er auf Vorteil entschieden. Klasse. Da sieht er, dass sich eine Chance ergeben könnte. Finn, Bogason. Und da ist jetzt Platz. Diese Flanke kommt viel zu weit. Es gibt Einwurf. Kurze Unterbrechung. Der Ball ist im Seitenhaus. Und jetzt ist das Spiel hier doch unterbrochen. Und für das Foul von vorhin gibt es Gelb. Gut vom Schiedsrichter. Da hat er zunächst ganz richtig den Vorteil abgewartet. Da gewinnt er den Zweikampf. Stark gemacht. Das sieht gut aus. Szene geht weiter. Und er schießt. Fällt das Tor doch noch. Und nun ein Schuss. Und er geht fast noch rein. Und das aus diesem Winkel. Sehr gut, Son. Jetzt müssen sie aufpassen. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Gut, Monson. Abgeblockt. Da können sie erst mal klären. Und erst mal geklärt. Wird es jetzt gefährlich? Defensiv machen sie es gut. Alfredson. Sehr gut, Son. Er setzt sich durch. Und jetzt könnte es was werden. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Das wird ein Eckball geben. Jetzt die Ecke. Und die Situation ist wieder bereinigt. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Ergibt das Foul und Freistoß. Inan. Köbasi. Das könnte der Gelegenheit werden. Da setzt er sich gut durch. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Schwierig. Er pfeift ab. Und es gibt abseits. Ob er da recht hatte? Er spielt den Pass auf den Flügel. Gute Idee. Versucht den Doppelpass. Kein guter Schuss. Der geht weit vorbei. Mali. Ball bei Arda Turan. Weg ist der Ball. Das könnte die Chance werden. Und jetzt hat er Turan. Der Ball ist weg. Gibt es jetzt einen Gegenangriff. Da steht die Abwehr sicher. Da trennt er ihn fair vom Ball. Gut, Monsten. Das war Pech, das ist abseits. Ja, das war tatsächlich abseits. Gutes Auge vom Assistenten. Gut, Monsten. Jetzt wird es gefährlich. So, was machen sie draus? Flanke jetzt. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Die Nachspielzeit wird angezeigt. Drei Minuten gibt es. Alfred Zorn. Alfred Finnbogason. Turan am Ball. Schenk Thurzun. Das könnte gefährlich werden. Jetzt vielleicht. Und die Situation geklärt. Und zur Pause haben beide Teams noch alle Chancen. Es steht 1 zu 0. Der Ball rollt. Die zweite Hälfte läuft. Jetzt könnte es gefährlich werden. Tolles Zuspiel. Jetzt wird es gefährlich. Da der kaum was gestimmt. Ball geht weit vorbei. Abhaken. Ball bei Arnatura. Arnatura mit dem Pass. Gute Chance. Und jetzt die Chance. Das muss das Tor sein. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus. Und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Zwei gegen einen. Da kannst du als Torhüter im Grunde nichts mehr machen. Außer du hast Glück und spekulierst. Richtig. Aber hier. Wir sehen es ja nochmal. Ganz schwierig für ihn. Schaut doch gut aus. Es steht 2 zu 0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Alfred Zorn. Mit dem Ball am Fuß Richtung Gegner durch das Tor. Finn Borgerson. Da ist er plötzlich völlig blank. Aber was ist denn das für ein Abschluss? Ja, den setzt er auf jeden Fall mal ein gutes Stück neben das Tor. Das kann er besser. Das ist Jakob. Mali. Wird's jetzt gefährlich. Jetzt ist er auf und davon. Macht er das Tor. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Gute Aktion. Mali. Ganz stark gemacht. Das gibt eine gute Gelegenheit. Cenk Tosun. Und da hat es das Tor. Klar, das sieht dann am Ende einfach aus. Aber du musst als Tor hier eben auch richtig stehen. Und einen Riecher dafür haben, wo der Ball hinkommen könnte. Damit setzen sie hier noch ein Tor drauf. Alles im Griff. Ganz souveräner Auftritt heute. Der Gegner kann ihnen einfach nicht vorkommen. Viel entgegensetzen heute. Sie überzeugen auf ganzer Linie. Wird das seine Torchance? Das könnte gefällt. Geht er rein. Klasse gehalten. Viel Verkehr im Strafraum. Gleich kommt die Ecke. So, Ecke kommt. Kompromisslos geht er da hin. Sehr gut. Macht er ihn. Und jetzt ist die Chance vorbei. Er hält ihn fest. Alfred Finnbockersson. Sigurdsson. Und da lag er richtig, auch wenn er nur einen Hauch vorne war. Gute Entscheidung, die Fahne zu heben. Toprak. Abatura. Viel versprechender Angriff. Aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Jetzt müssen sie aufpassen. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Jetzt könnt ihr den Ball abspielen. Sigurdsson. Klar, Freistoß gibt's. Und vielleicht noch mehr. Er nimmt ihnen die klare Torchance. Und dafür muss er runter. Ist relativ einfach. Der Platzverweis, wie ich finde, Wolf absolut vertretbar. Er probiert's einfach mal. Den hat er wohl nicht richtig getroffen. Ja, das Ding geht ein gutes Stück vorbei. Weg ist der Ball. Abatura mit dem Pass. Jetzt vielleicht. Der Pass. Nix zu halten hier. Sie nutzen ihre Überzahl. Ja, die haben ja auch Platz. Und den können sie eben nutzen. Es klingelt schon wieder. Also das könnte richtig schlimm werden. Ja, da muss der Gegner schon mal aufpassen, dass er hier nicht richtig unter die Räder kommt. Einseitige Nummer. Sie liegen ganz klar vorne. Klasse Einsatz. Aber kommt er auch an den Ball. Sigurdsson. Sigurdsson. Mali. Und da ist der Ball wieder weg. Das könnte der Gelegenheit werden. Und jetzt die Chance. Da passt der Torhüter auf. Gleich kommt der Eckstoß rein. Kopfball aber nicht drin. Gut vom Torwart. Jetzt können sie vielleicht kontern. Abatura mit dem Pass. Das sieht gut aus. Gefährlich. Immer noch. Phänomenal. Ohne Worte. Jo, sie spielen die Überzahl gut aus und belohnen sich mit diesem Treffer. Geduld bewiesen. Und das musst du auch, wenn du zahlenmäßig überlegen bist. Er ist heute richtig gut drauf. Er macht hier sein zweites Tor. Sie dominieren die Partie nach Belieben und das drückt sich mittlerweile auch am Spielstand aus. Jetzt ist es natürlich leichter, so zu sagen, aber den Spielverlauf hatten wir so erwartet. Ne, Muschi? Ja, bin ich bei dir. Ganz ehrlich. Sigurdsson. Der Abwehrspieler wirft sich in den Schuss. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Das gibt Freistoß. Aber zeigt er auch eine Karte. Das ist Jakub. Und er gewinnt den Zweikampf. Sigurdsson. Abatura. Finnbogaston. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Und Abatura. Jetzt vielleicht. Vatersink. Unter Druck geht der Ball ins eigene Tor. Ist das bitter. Da trifft er ins falsche Tor. Was für ein Pech. Okay. Dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Hoffentlich sind sie jetzt nicht zu sehr geschockt vom Eigentor. Finnbogaston. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Da geht er dazwischen. Zehn Minuten sind noch zu absolvieren. Und direkt zurückgespielt. Jetzt könnte es gefährlich werden. Da kommt der Pass. Schahan. Da wäre jetzt viel Platz. Aber Abatura mit dem Pass. Gefährlich. Er versucht es. Und Tor. Er ist so eisekalt vor dem Tor. Da schnürt er den Dreierpack. Und mit dem Tor ist der Dreierpack perfekt. Richtig starkes Spiel. Sie bekommen ihn nicht wirklich in den Griff. Eindeutiger Spielstand hier. Und viel Zeit bleibt nicht mehr. Auch nicht für Kosmetik übrigens. Jetzt müssen sie aufpassen. Da ist die Hereingabe. Schenk-Tosun. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Er setzt sich durch. Und jetzt könnte es was werden. Nach wie vor lebt diese Chance. Der muss passen. Boah, das war eng. Er trifft die Latte mit diesem Schuss. Finnbogaston. Flanke bleibt hängen. Da gibt er zurecht. Freistoß. Gibt es jetzt die Gelegenheit. Sigurdsson. Abwehrspieler sind vorne bei dieser Ecke. Klar, sie hoffen auf den hohen Ball. Szene geht weiter. Schenk-Tosun. Er ist frei. Da kann was draus werden. Und jetzt ein Schuss. Da ist der Torwart da. Gut gemacht. Mit der Ecke könnte es gefährlich werden. Szene ist noch nicht vorbei. Und jetzt die Unterbrechung. Da liegt noch ein Spieler auf dem Boden. Das könnte was Schlimmere sein. Das könnte es sein. So, geht weiter mit Schiedsrichterball. Und der verletzte Spieler ist mittlerweile vom Feld. Der Schlusspfiff. Das war's. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Hat für mich tatsächlich in diesem Spiel den Ausschlag gegeben, weil der entscheidende Mann mit seinen drei Toren sensationelle Leistung. Überzeugend gewinnen sie diese Partie. Sie haben sich Chancen herausgespielt und sie haben die Chance auch genutzt. Und sie gehen damit absolut verdient als Sieger vom Feld. Viel Vorwärtsdrange. Jetzt vielleicht. Adatura. Adatura mit dem Pass. Gute Chance. Und jetzt die Chance. Das muss das Tor sein. Ganz stark gemacht. Das gibt eine gute Gelegenheit. Schenk Torsohn. Und da hat es. Das Tor. Weg ist der Ball. Adatura mit dem Pass. Jetzt vielleicht. Das sieht gut aus. Gefährlich. Immer doch. Er versucht's. Untertitelung. festsch��. Untertitelung des ZDF, 2020